Hallo und herzlich willkommen, schönen guten Abend bei Friseur Brum in Schleswig. Wir befinden uns hier im Schleißcenter. Hier betreiben wir unseren Salon und ich begrüße alle Leser des SHZ recht herzlich. 2001 haben wir hier diesen Salon eröffnet. In der Regel beschäftigen wir sieben bis acht Mitarbeiter in dieser Filiale. Ich denke, dass der Kunde spürt, wenn er hier kommt, dass hier eine gute Atmosphäre herrscht, dass wir hier Mitarbeiter haben, die wirklich Friseurin leben und auch alles dafür tun, um ein tolles Ergebnis zu bekommen. Im Endeffekt ist der Service das A und O, das genaue Verstehen und da legen wir schon sehr viel Wert auf gute Beratung, umfassende Beratung auch, die dann nicht nur mit dem Schnitt oder mit einer Frisur endet. So versuchen wir eigentlich immer neue Dinge in den Salon zu bringen. Unter anderem mit dem neuen Schneide- System Calligraphy-Cat gibt es eine weitere Möglichkeit Haare zu schneiden, die einfach eine andere einen anderen Fall haben, eine andere Bewegung nachher darstellen. Also das das Schöne am Friseurhandwerk nach wie vor ist, dass man eine Veränderung herbeiführen kann und dieser Kontakt zu Menschen da ist, wo dann auch meistens ein positives Feedback kommt und Dankeschön bekommt oder sagt, Mensch, das ist toll geworden. Das sind so die Dinge, die sofort da sind. Ich finde es unheimlich interessant, gerade so die vielen neuen Techniken. Alles sehr gepflegt, sehr modern, ausgestattet. Ja, ich bin begeistert. Also ich fühle mich super wohl und das ist einfach entspannt, hier zu sein. Das ist für mich so ein Kurzurlaub. Ich bin begeistert. Jetzt— Bis zum nächsten Mal.